Willkommen Leute, ihr habt euch so oft Roblox Mimic gewünscht und da Maxi sich ja immer so wunderschön erschreckt mit diesem wunderbaren Koala am Rücken, dachte ich mir Maxi, sind wir hier wieder und haben voll Bock, oder? Absolut genug, ja, ich liebe Horrorspiele. Die Leute haben gemeint, es ist noch viel krasser als Roblox Doors, deswegen empfehlt uns gerne weitere Games, es muss nicht ein Horror sein, es kann auch was anderes sein, wo ihr sagt, das ist wirklich gut, denkt dran, ihr könnt es euch auch jederzeit wieder mit Roblox versauen, wenn ihr Scheiße empfehlt. Ja. Und danke für die ganzen Namen, die ihr uns gedroppt habt, weil weiß ja Maxi, letztes Mal haben wir Roblox nicht geschafft, Doors, falls ihr euch erinnert, wir sind am Ende gescheitert, da haben ganz viele Leute ihren Namen hinterlassen und gedroppt, ich werde jetzt demnächst einfach Leute adden und werde euch random in ein Game einladen, deswegen nur, dass ihr Bescheid wisst, es gibt noch keine Uhrzeit davon, das machen wir spontan, nehmt einfach die Freundschaftsanfrage dann an und dann würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Ich drücke mal auf Play, machen wir Kapitel 1 und ich würde sagen Party erstellen. Ja, ich warte gerade, bis du mich einlässt oder so. So, genug aller, du kannst reinjoinen. Ja, sag's immer so einfach. Vielleicht kann auch jemand erklären, was diese ganzen Kapitel bedeuten, es gibt Kapitel ich, es gibt Kapitel 2, 3 und 4 und dann gibt's noch Kapitel Steuerung. Keine Ahnung, erklärt mir das gerne. Aber wir machen jetzt mal das, was mir als erstes angezeigt worden ist und fangen an mit dem Mimic. Warnung, dieses Spiel enthält blinkende Lichter und Sprungtücher. Was sind denn Sprungtücher? Meinen die Jumpscares? Ich glaube, ja. Stimmt, ja. Am besten mit Kopfhörern vertraut. Wer kennt's nicht? Aha, oha. Sind wir in den Office drin? Wahrscheinlich. Aber das wird ja runtergeladen. Walidieren von NHA, ja, cool. Sie haben einen Trojaner. Ja, einfach mal jetzt ein Video raus zu gönnen. Alter, das sieht aber auch krass aus. Das ist voll krass, irgendwie. Das ist halt eigentlich so ein Game umsonst. Ja. Okay, Leertaste, ich hab's geskippt. Ich muss mir anschauen. Du schaust dir an, ich warte auf dich. Ich glaube, es wird gruselig, Maxi. Echt? Wie kommst du denn darauf? Also, ich warte hier gerade auf dich. Ja, ich, 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 ich geb hier gerade das epische Intro. Nur wenn ich gleich einen Jumpscap bekomme, weil du so lange brauchst, dann weinig, ne? Nein, ich bin, die, glaub ich, jetzt da. Nur mein Puls steigt an. Können wir nicht mal ein Pulsmesser machen? Das wär geil, nächstes Mal. Hallo. Hallo, Pommes. Du hast so viele Gesichter, ne? Ja, das ist auch im echten Leben so. Oh, viele Facetten. Facetten reicht genug. Ja, viele Gesichter. Ähm, ich glaube, wir müssen ins Büro. Also, ich hab auch keine Ahnung, was wir machen müssen, aber es wirkt eigentlich wie die Horrorgames von Chillers Art. Oh, keine Sprinten. Ja! Oh, oh, das ist aber nicht gut, ne? Ja, ja, doch. Ne, 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 fühlt sich wieder auf. Ähm, kennst du die Games von Chillers Art, die Horrorgames? Gnu, ich hasse Horrorspiele. War geantwortet. Das sollten wir aber eigentlich mal ändern. Mhm. Okay. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, hier muss irgendwo das Office sein. Ich glaube, das ist hier links. Das sieht aus wie ein Office-Haus. Ist hier? Oh ja, du hast recht, die Tür glitscht. Ja, sehr gut. Die Tür wird geglitscht. Schlüssel finden. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Äh, Inventar G. Drücke G im Inventar umzuschalten. Mit Inventar kannst du auf Items jenseits der Haltegrenze zugreifen. Inventar kann auch Laternen hauen. Inventar könnt alle laufenden Aufgaben öffnen Listen. Das ist so gut gemacht. Ja. Wieso kann ein Inventar, seit wann kann ein Inventar auf Laternen hauen? Muss so sein. Alles richtig. Das ist wie, als wenn ein voll besoffener Mensch mit dir versucht zu kommunizieren. Okay, brauchen also einen Schlüssel. Ab jetzt darfst du Sound hochdrehen. Wie? Schön laut machen für deine Öhrchen. Das hat die Frage, ne? Ist der Schlüssel offensichtlich? Oder der muss ja hier irgendwo... Wie sieht das aus, wenn ich ducke? Richtig gruselig. Du hast... Warte mal. Drück mal Störe. Perfekt. Deine Pommes hängt in den Boden. Ach nee, das sind deine Füße. Meine Pommes hängt im Boden. Das ist wo die Set. Oh, hier ist er. Ich hab ihn. Aufgabe Tür freischalten. Oh, ich krieg... ich krieg... Angst. Auch ein bisschen. Ja, klar kriegst du Angst. Du spielst jeden Tag Horrorspiel. Du kriegst keine Angst. Es tut weh, dich wie diesen Bruder zu sehen. Nein, Bro! Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Zeit, um dir mein Bedauern zu sagen. Du siehst so gut aus in diesem Licht. Mein Freund, ich küße dich auf die Wange. Du bist der Beste. Oh, nein Gott, oh Hilfe. Ich werde dich drohen, bis ich herausfinde, was... was? Vor allem, was soll denn, dass das hier in der Leiche liegt? Wir sind noch in einem scheiß Büro. Äh, wieso habe ich Blackscreen? Warte mal. Hä? Wie sind beide Motoren, ne? Okay. Ja, aber du hast doch gesagt, du kannst nicht fahren. Ne, wir sind in einem Motorboot. Ich kann fahren. Ach, wir tun jetzt die Leiche von dem hier verschwinden lassen. Hä? Was ist denn eigentlich los? Vor allem, wir sind noch in einem Büro, und dann liegt da auf einmal ein Typ tot. War das irgendwie die Gerichtsmedizin? Ich kann nicht fahren. Warte mal kurz. Ich kann nicht fahren. Ich kann nichts mehr machen. Und flackert alles. Oh, oh, oh mein Gott. Oh, was ist denn das? Guter Gott. Das Ding sieht nicht freundlich aus, die Übersetzung. Er wird uns High Five geben. Hm. Ach, doch nicht. Was zur Hölle? Nur warum spielen wir solche Spiele? Warum sind wir überhaupt hier? Oh, wir werden weggezogen. Warum liegt hier Stroh? Warum hat der eine Maske auf? Nein. Ach, mir ist verschwindelig. Also, ich habe keine Ahnung, wie wir hergekommen sind, aber es ist ein interessantes Intro. So, Schublade öffnen. Hier ist... Ja, geh rein. Kann man das nicht verstecken? Oh, wir können... Das klingt so gut aus. Ja, ich finde es auch gar nicht schlecht. Wir können auch alles öffnen. Oh, hier ist ein Gewand. Ein Kimono. Heißt das so? Ja. Seek out a book, such nach einem Buch. Hast du dein Lichtlein genommen? Ja. Und wir müssen kriechen, ne? Das wird richtig ätzend. Oh nein, ey. Du kennst nicht Project Zero Fatal Frame, ne? Das ist nämlich genauso. Ja, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss dich mal mehr... Leute, Stress mal Maxi, dass er immer Gaming-Content macht, und dass wir auf deinem Kanal ein Horror-Game-Ding machen, Format mit Gnu. Ich zeig dir alles, was du wissen musst. Ich härte dich ab. Okay. Ah! Okay, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, wollen wir mindestens 100.000 Daumen nach oben da haben. Empfehlt uns die wieder Roblox. Danke, ciao. Das war mir zufrieden. Eigentlich müsste ich wirklich das Video hier straight beenden. Und dann hinschreiben als Titel... Das war eigentlich für so'n TikTok voll witzig. Ja, und dann hinschreiben als Titel, das ist unser Ernst. Das ist unser voller Ernst. Ich bin so lange, bis wir einen Jumpscare bekommen. Das ist aber... Das ist aber... Das schaffen wir keine fünf Sekunden. Okay, das war gruselig. Aber Maxi, weißt du, was ich mir wieder voll gerne machen würde? Ich würde mit dir gerne mal wieder in so'n Horror-Haus gehen. Können wir das nicht machen im Oktober? Zu Halloween? Und wir sind doch bald wieder bei Ju und Rezo. Und das wäre voll witzig, wenn wir beide mitnehmen. Kannst du da was machen? Ich kenn' ein paar Sachen, aber die sind halt nicht in der Nähe von Köln direkt, glaub ich. Ach man, ich hätt' so Bock, wirklich. Das war so'n Erlebnis. Das ist viel krasser als Horror-Spiele, oder? Ja, ey, ich hatte richtig Schiss. Ich hatte, dass ich so'n Schisser bin. Ich und Stu hatten am meisten Schiss. Hier, da hatte ich keinen Schiss. Aber hier hab' ich Schiss, weil das ist ein Game. Keine Ahnung, warum. So, was ist hier? Nichts, nichts, nichts. Ich muss mich nur ganz... Wir müssen irgendein Buch suchen, ne? Aber ich hab' so das Gefühl... Ich hab' keine Bücher. Ich find' so japanische Häuser echt geil, aber ich hab' zu viel Horror gespielt, um mich da nicht in wirklichen Leben gruseln zu würden. Also, ich würd' mich da gruseln. Kennst du den Film Inkantation oder so? In... Auf Netflix? Das ist so'n koreanischer Film. Echt? Der ist so vlogmäßig gefilmt. Muss' mir mal anschauen. Ich mag's aber. Hört's auf jeden Fall nice an. Hier sind schon mal Bücher. Aber hier ist nicht das Buch, was wir suchen. Maxi, irgendetwas ist hier. Ich kann es spüren. Ich spür's auch. Es wird irgendwie warm in meinem Schritt. Hä? Let it go! Das ist meine Pipi, glaub' ich. Let it go! Er wird nicht verfolgt, oder? Hier steht was? Rooms with... Was? Shiminava will protect you. Also, was ist ein Sh... Sh... Was ist das? Ah! Ah! Okay, wahrscheinlich... Ist das hier ein Shiminava? The rats are poisoned by the whale. For her to consume, you must ring a bell. Also, die Ratten sind anscheinend vergiftet. Ähm... For her to consume, you must ring the bell. Also, damit sie erscheint, müssen wir die Klingel... äh, klingeln. Hier ist Buch. Ich kann nicht lesen. Du musst lesen. Okay, warte, mach' ich gleich. Ja, ja, alles gut. Wir haben Zeit. Okay, ich lese. Ne, okay, wir gucken mal zusammen. In einem kleinen Dorf lebten zwei weisen Schwestern. Ich hab' Schweinchen gelesen. Ich auch. Die beiden Schwestern lebten in Armut und verhungerten ständig. Hast du Schweinchen ersetzen statt Schwestern? Machen wir. Eines Tages kam Mio, der Jüngere, voller Freude nach Hause. Vor allem ist auch ne sie. Ring, die Ältere, war ihr gegenüber skeptisch. Sie hat Mio befragt, aber nie gesagt, warum Mio so fröhlich war. Vor allem da stand, sie sind ständig verhungert. Wie oft kann man denn verhungern? Als die Tage vergingen, kam Rin zu dem Schluss, dass Mio ohne sie gut gegessen haben muss. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Eifersucht überholte Rin. Um ihren unersättlichen Hunger zu stillen, verzerrte sie ihre eigene Schwester. Nein, scheiße. Rin erkannte, dass Mio heimlich Geld für die beiden gespart hatte. Oh nein. Sie wurde von extremer Schuld heimgesucht, was zu einem mysteriösen Auftreten eines zweiten Mundes auf dem Hinterkopf führte. Ihhh. Es war der Mund von Mio, der ständig nach Essen schrie, sonst würde Rin extreme Schmerzen haben. Boah, ist gruselig. Heißt das, die frisst uns jetzt? Okay, also die hatten halt Hunger und die... Ah, Ratte, Ratte, Ratte im Schrank! Ah, dann müssen wir irgendwas machen mit der, ne? Greifen. Nein, zu machen! Wie? Wir müssen die mitnehmen. Ich glaube, wenn wir sie nämlich... Ja genau, wir müssen sie... Die Ratten sind vergiftet und wir müssen sie mit den vergifteten Ratten... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh fuck. Macht Licht aus, macht Licht aus. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie. EF, EF, EF! Ah! Du sterbe zuerst, ich bin tot! Hilfe! Mama! Pscht! Nu pscht! Oh mein Gott, was ist denn das? Jedenfalls, um es nochmal festzuhalten, wir müssen sie mit den vergifteten... Ratten... Wir müssen sie mit den vergifteten... Kann man reingehen? Ja! Wir müssen sie... Also, die haben beide jeden Tag gehungert und die eine Schwester hat dann Geld gespart, um Essen zu besorgen für beide. Die andere dachte, sie hat heimlich was gegessen, hat sie dann währenddessen aufgefressen und hat dann bemerkt, sie hat nur... Oh oh. Geld gespart, um... Oh Gott, Hilfe! Ich will da nicht raus! Mach Platz in die Enke! Ich bin drin! Oh Gott, Maxi! Das ist die! Ich will da gar nicht raus, wirklich! Was ist eigentlich jetzt die Aufgabe, sie mit Ratten zu füttern? Ja. Pscht! Ich weiß halt nicht, ob die Tür aufmachen kann, ne? Oh fuck! Was denn? Ich will... Nein, nein, nicht raus! Nicht, nur nicht, die ist hier! Das ist recht, ich höre sie! Alter, deine Knie, ne? Das ist so geil, deine Beine sind einfach geblieben! Und dein Oberkörper und deine Knie hängen an deinem Kopf! Das ist einfach dein Oberkörper! Aber die passt aus mit dem Pommes! Weil die sieht aus wie die ganze Pommes dann auf einmal! Geil! Okay, komm, wir probieren es jetzt! Soll ich vorgehen? Na klar! Oh nein, warte, sie kommt schon wieder! Maxi! Mach doch die Tür zu! Oh Gott! Maxi! Maxi, ich muss die Tür... Ah! Mann! Mach das nicht aus! Aber ich glaube, das macht nichts, oder? Okay, komm jetzt! Jetzt ist sie weg! Okay, jetzt ist sie weg, ich bin bei dir! Also in dem Raum sind wir sicher! Merkt ihr das? Deswegen stand das da! Da müssen wir immer wieder zu... Oh Gott! Ah! Lauf! Ich darf! Wohin? Hier! Ich glaube, das war das, was hier stand draußen mit dem Raum hier, da kann die nicht reinkommen, glaube ich! Weil der ist gesichert wegen den Puppen! Hoffe ich! Wollen wir es testen? Mit zu aufmachen und ob sie reinkommen? Ich weiß nicht! Dein Koala macht mich irgendwie glücklich, dieser Rücken! Du guckst mal nach, ob es noch da ist, okay? Ne! Okay! Okay, komm! Ich weiß nicht, ob die uns hört oder so! Links sind Ratten! Ja! Hallo Ratten! Komm, steh hier rein! Komm, steh hier rein! Oh Gott! Ich glaube, dass das Licht uns schützt! Ich glaube, Räume mit Lichtern sind gut! Ah, okay! Aber... Wir hören hier Ratten! Ich glaube, wir müssen die Ratten einsammeln! Äh! Boah, ist das widerlich, wirklich! Die kommt von links, warte! Nicht aufmachen! Boah, ist das ekelhaft! Wirklich, das ist so gruselig, Mann! Ja, du, ich bin versteckt im Schrank! Ich... Ey, geil! Das ist voll... Ja, nice! Ah, ich komme nicht mehr raus! Ich glaube, ich komme nicht mehr raus! Aber hier ist irgendwo eine Ratte, oder? Ich komme nicht mehr raus! Ich höre doch eine Ratte! Du musst zur Seite gucken, ja! Aber ist die auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Ja, ja! Okay! Wir müssen, glaube ich, links lang! Nee, rechts! Hier, wo habe ich die gehört? Ich habe sie... Eingesammelt! Ich kann sie nicht einsammeln, du musst sie sammeln! Ich habe sie... Oh Gott, wir sind am Arsch! Oh Gott! Weg sie! Weg sie! Äh! Ich habe ganz kurz den Haken gesehen! Ich glaube, dass ich sie schmeißen kann, die Ratte! Müssen sie ja damit füttern! Oh! Ist sie da? Siehst du sie? Wie? Wie habt ihr sie gesehen? Wie sieht die aus? Ich bin eine Hexe! Mit ganz schönen Armen! Ist sie weg? Guck mal, ich kann, glaube ich, hier die Ratte... Ah! Ich kann mit der Ratte irgendwas machen! Kann ich die braten? Kann ich die ablecken? Das ist normal, Jo! Oh mein Gott! Hatte! Was können wir mit der Scheißratte machen? Wir müssen mit der Ratte irgendwas tun! Kann man die werfen? Ne, aber ich glaube, dass die die essen muss! Weil die sind ja vergiftet die Ratten! Okay 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 Stand glaube ich da! Wenn ich... Ah! Ah! Nimm die Ratte! Nimm die Ratte! Nimm mich! Nimm Ratte! Ah! Ich will keine Ratte! Spiel. Hast du die Waffe, hast du die geschmissen, die Ratte? Ich habe alles gedrückt. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Scheiß? Sehr voll gruselig. Okay, es sind Totenköpfe. Ich weiß halt nicht, wo wir die Ratten hin, ah, hier kann man hier irgendwas machen. Glocke verwenden. Oh oh. Maxi, wo bist du? Oh nein! Ah! Ah! Ja, aber nicht mehr lang. Ich bin weggelaufen. Ich bin raus im Garten. Maxi, wir haben uns aufgeteilt. Dann komme ich rein. Hier gibt es ja auch Sachen, die man verwenden muss, ne? Oh Gott. Also ich würde sagen, hierzu brauchen wir auf jeden Fall von der Community mal Tipps, was muss ich wo, wie was machen und dann laden wir euch das so random ein, weil das ist echt nicht so easy. Ja, die haben auch Spaß an dem Spiel wie wir. Ja, ja, ja. Aber... Okay, wo bist du? Müssen wir dir raten, ich bin in irgendeinem Raum mit einem Teufelskopf. Weil die ist ja gefühlt überall. Ja. Aber die kann aber eins von uns beiden immer sein in der Nähe. Die ist glaube ich gerade bei... Oh, ich sehe sie da vorne, ja. Die ist bei mir. Ist sie bei dir? Gut, das finde ich gut. Ich bin immer in so einer Safe-Raum. Ne, warte mal. Ich bin tot, oder? Hat sie dich? Ist sie bei dir? Oh, oh. Die ist vorbeigegangen, aber die ist ja voll schnell. Ja. Oh, es ist unangenehm. Es ist unangenehm gemacht. Das spielen Kinder. Oh, das ist so schrecklich, diese Geräusche. Jetzt ist sie weg. Ich habe die Züge nicht gemacht. Ich habe die Züge nicht gemacht. Du bist zu. Du bist weg. Du bist tot. Du kannst sie nicht rein. Das ist ein Safe-Raum. Du hast gesagt, Safe-Raum. Ist sie bei dir? Du hast gesagt, Safe-Raum, geh weg. Ich höre sie. Ich habe eine Ratte. Ich werfe sie. Ich esse sie. Kannst du die essen? Oh, es geht auch hoch, ne? Echt jetzt? Ja, man kann auch hoch. Finde ich gut, dass du nur bei mir nicht. Aber sie kommt nicht in Räume, außer sie sieht dich. Ja, ich bin halt voll am Arsch hier. Was mache ich mit der Ratte? Das ist halt das. Wir müssen die irgendwie ja füttern, oder ich weiß nicht wie. Sie kommt hier rein, scheiße. Mann, ich hasse das scheiß Spiel. Oh, Mann. Das ist so ein Kack. Mann, lass mich doch einmal in Ruhe. Oh, mein Gott. Ich bin sicher hier. Ruhe ist sicher. Nein, 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 nein. Ah! Ich bin sicher. Sind wir noch bei dir? Nee, sie kommt von mir, glaube ich. Oh, mein Gott. Wie grausam ist denn das? Ich check das mit den Ratten nicht. Ich auch nicht. Halt dein Mundwerk, Ratte. Please. Versuch zu überleben. Verstehe das auch. Okay, nur... Nein, Mann. Ratte, pscht. Da steht Giftratten. So, 0 von 3. Wir müssen 3 finden. Das ist einfach nur die Aufgabe, die zu finden. Ja, okay. Ich habe... Ich habe 0? Sind das normale Ratten? Ich glaube, weil wir halt von vorne anfangen mussten, beide. Ist gerade einer zu lang gegangen bei mir. Ich habe die Tentacke durchgezogen. Maxi, ich stecke fest. Kannst du kommen, Michael, mich retten? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Scheiße. Weil hier ist nämlich jetzt eine Schublade auf und ich komme nicht raus. Maxi! Hier, warte, ich komme gleich nicht fest gerade. Warte. Hilfe! Ich springe. Ah, ich kann rausspringen. Ja, ich habe es geschafft. Nur ich habe... Ich gebe mir Orientierungshilfe. Ich bin raus. Okay. Ich höre es doch die ganze Zeit bei mir irgendwie vor der Tür hin und herlaufen. Deswegen bewege ich mich gerade nicht. Ah, ich höre dich. Ich habe eine Ratte. Ich habe auch eine. Gut. Aber bei mir steht, dass es keine Giftratte ist. Ich habe nur von 3 gerade. Muss man die irgendwo abgeben? Ja, wir müssen einfach 3 sammeln. Dann wissen wir, wo wir die hinbringen müssen. Ich schaue gerade auf einer Tür. Jetzt ist ein Tackling hindurch. Dann bist du ja ganz nah bei mir. Ich höre sie auch. Ist sie weg? Bist du in der großen Lobby? Ja. Ah, okay. Wo der Kochtopf ist. Ja, ja. Kochtopf? Müssen wir vielleicht kochen? Ich glaube, dass wir da die Ratten reinpacken müssen. Oh, scheiße. Ich will weg. Ich kann nicht weg. Ich komme auch nicht weg. Die Leute gehören zwischen uns beiden hin und her, glaube ich. Sie kommt wieder zu mir? Nee, sie ist bei mir. Ah! Oh, ist das unangenehm. Es ist einfach nur. Ja, die Ratte sind natürlich dann weggerannt, ne? Aber immerhin darf man immer wieder spawnen. Boah, ist ganz schön schwierig, ne? Okay, ich komme zu dir. Also, ich glaube, dass die Ratte immer in der Lobby ist. Sie sind immer an der gleichen Stelle. Man kann immer noch eine Ratte nehmen. Ja. Ich bin tot. Komm, 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 komm. Hier lang. Ich laufe ja schon. Stell. Du hast die Ratte liegen lassen. Nee, du hast sie noch genommen. Hier. Wo ist der Topf? Oh Gott. Kann man kochen? Kann man nicht kochen? Sie kommt nicht hier rein. Ah! 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 Hallo! Sie ist hier stecken geblieben, oder? Sie hat es nicht bekommen. Oh mein Gott. Scheiße. Ich hasse das Spiel. Kannst nichts, Loser. Das ist unser Safe-Sport hier. Das ist der Safe-Safe-Sport. Ich glaube, das ist das, was die gemeint haben, dass man hier sicher ist vor ihr. Okay, warte. Ich habe aber keinen Topf zum Kaufen. Ich glaube, dass wir kommen, wenn du auf G drückst, siehst du 0 von 3 Giftratten. Ja, ich habe eine in der Hand und ich habe immer noch eine von. Dann, komm mal her, schnell. Schnell, 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 schnell. Komm her, komm hinter, hinter, hinter. Ah! Oh, was ist das? Ah! Ich habe mir die Hose gemacht. Das ist so gruselig, die Scheiße. Komm, komm! Alter, das ist wirklich gruselig gemacht. Die soll weggehen. Ist die noch an der Tür? Ah, die steht immer noch! Oh mein Gott, da war ein Auge. Guck mal, reis, guck mal, reis, guck mal, reis, ganz kurz. Ah! Guck mal, noch mal ganz kurz. Easy-Check. Ich denke, Sadisten sind wir. Aber die ist ja die ganze Zeit um uns rum, ne? Ja. Ey, warte, geh nicht ohne mich. Komm schnell. Ist sie nicht in die Richtung gegangen? Ah! 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 Lass dich das gleich aufmachen. Du kannst sie ja nicht aufmachen. Das hast du die Tür zugemacht. Ja, genau. Die müssen immer zumachen, dann kommt die nicht rein. Get on my level, alter. Hahaha. Okay, komm, schnell. Genau, sie guckt doch noch. Sie guckt. Tschüss. Die kann die Tür nicht öffnen. Oh nein, bist du tot? Kann ich die aufmachen? Bist du tot? Ja, ich habe die Tür nicht aufmachen. Die macht einfach vor meinen Augen die Tür auf. Ich lasse mir so zu, was geht denn jetzt ab? Ich glaube, dass wir uns echt bei Schränken und sowas können wir uns verstecken. Oder in Schränken. Hold up. Hold up. Hold up. Oh je, jetzt stecke ich glaube ich wirklich fest. Hey, aber die ist halt auch einfach die ganze Zeit überall, ne? Und wo kommt sie? Sie läuft jetzt an meinem, an meinem Raum gleich vorbei. Welche sind die? Nee, ich glaube... Hey, jetzt kommt sie raus. Oh, sie ist ja mir vorbeigegangen, vor mir. Hey, da bist du ja. Hey, guck mal links. Okay, sie ist... Genau, ich komme raus. Jetzt kommt sie aber wieder, ne? Scheiße. Oh, Mama. Hör mal mir. In die Ecke. Die heilige Ecke, du kannst... Nichts. Loser. Komm doch, was willst du machen, hä? Was willst du machen? Trau dich doch. Hat sie dich gefunden? Ich hole kurz die Ratte. Die will gerade zu dir gehen, Gnu. Die ist aber stark an der Wand. Okay, sehr gut. Oh, eine Ratte. Ich... Ich hab eine. Sie ist nicht teleportiert. Ne, mein, Gnu, du bist tot. Das macht die die ganze Zeit, diese Teleportierscheiße, ne? Ich hab eine Ratte und bin hinterm Schrank versteckt. I'm safe. Ja, die hat mich wieder gefunden. Die hat mich wieder gefunden. Ah, okay. Fang mich doch. Fang mich doch. Was willst du machen, hä? Was willst du machen? Was willst du machen? Ich höre hier wieder eine Ratte in der Nähe. Ah, nee. Sorry, warst du. Aber dann müssen wir die ja irgendwo hinbringen. Ja, aber wo? Wir müssen raus in den Garten. Da, wo ich gerade war. Und da die Ratten hinbringen. Und damit können wir die vergiften. Gnu, ich glaub, der Trick ist nicken. Glaubst du? Ja, ich hab Rekordzeit gerade, Alter. Ich sneak vor mich hin und... Gnu, hier. Gnu. Ich hab grad Angst. Komm, komm. Komm, Maxi, ich hab Angst. Komm, Maxi, komm zu mir. Hier ist noch eine Ratte. Komm, schnell in den Raum. Flopp. Und nimm dir gleich mal die Ratte hier mit. Und dann gehen wir zusammen. Ich weiß noch, wo die dritte ist. Die ist gleich hier um die Ecke. Aber wir können uns zwei mitnehmen. Wir können uns zwei mitnehmen. Genau, wir lassen jetzt... Tun die beiden jetzt mal vergiften. Das müssen wir draußen in diesen Garten machen. Jetzt reinkommen sie. We got this, we got this. Oh, no problemo. Easy. Der Herzschlag ist halt durchgehend da, ne? Du guck dich mal. Dass wir ein bisschen geduckt sind. Vielleicht geht sie weg. Fortnite Dance, Fortnite, Fortnite. Die wartet, bis wir rauskommen. Die ist recht hot. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt nicht. Nein, nein. Okay, jetzt ist sie weg. Komm. Sie hat's weggespawnt. Laufen ist nicht. Okay, sprinten. Lauf. Das war's. Lauf, 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 lauf. Ludi frisst mich safe. Ludi frisst mich safe. Hier. Wo geht's raus? Hier. Nein, scheiße. Ludi, komm. Komm, mach zu. Ludi, wir laufen genau in sie rein, oder? Da vorne. Komm, Maxi. Ich bin genau hinter die Pommesärmchen. Schnell. Pommesärmchen. So. Und jetzt kann man die, glaube ich, in die Hand nehmen. Und hier kann man die, glaube ich, vergiften. So, jetzt ist die vergiftet, glaube ich. Ey, du hast sie da reingeschmissen. Nein, warte mal. Ja, ich, ich, ne, bei mir steht vergiftete Ratte jetzt. Wo? Ah, ja, bei mir auch. Super. Gibt's auch ne Glocke, da war ich vorhin. Die kann man nutzen, da müssen wir uns verstecken, weil dann frisst die nämlich die Ratte. Okay, okay, okay. Aber ich weiß nicht mehr, wo die war. Nur deine Orientierungssinn, der muss jetzt glänzen. Okay? Okay. Jetzt, jetzt ist die Zeit zum Glänzen. Sprint, du sprints jetzt. Okay, ich sprints mit. Wir sprinten. Hier, ich hab's. Okay, okay. Warte, 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 mach noch nix. Nein! Oh mein Gott, die kommt doch hier rein! Die kommt doch hier rein! Ja, was soll ich denn mit dieser Schade drücken? Das war's. Ich kann die... Tschüss. Ich glaube, wir müssen raus, weil die Ratte ist ja hier. Hast du gedrückt? Oh fuck. Sie kommt. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, wir verstecken uns dahinter. Wir wissen jetzt, wie es geht. Oh, sie frisst die. Guck mal, sie frisst die. Wo bist du? Ich nehm dir! Nix von hier. Komm, wir können vielleicht vorbeischleichen. Komm, schnell, komm, schnell! Hier ist doch die nächste Ratte, hast du's gehört? Komm, die rein! Komm hier rein! Geh rein! Mach zu, mach zu! Ah! 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 Das ist der Anfang des Safe-Raum! Gnur hat gesagt, es ist safe! Hier ist safe! Oh Gott! Hier ist keine Ratte. Okay, wir müssen nochmal zurück und dann muss ich meine verkacken und dann müssen wir noch die letzte holen. Ey, es ist volles... Verkacken. So, jetzt ist sie weg. Wo kamen wir her? Hier, komm. Ja. Da ist noch eine, hörst du's? Hier. Irgendwo drin. Ja. Hier ist der Raum. Da ist die Glocke. Okay, so. Let's go. Und weg hier. Komm, hier, 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 komm. Komm, hier. Oh, shit. Egal, sie geht da jetzt eh rein. Oh, fuck. Okay, schnell, komm. Da ist sie. Ja, komm. Hier, lang, komm. Ah, du musst rechts lang. Aber da waren wir doch nach draußen. Egal, einfach nur kurz weg. Nicht zumachen. Jetzt darfst du. Oh Gott. So, jetzt gehen wir hier weiter. Und hier muss irgendwo noch eine Ratte sein. Nicht? Nein, war nicht hier. Aber wir haben... Na, die war irgendwo ganz anders, ne? Ja, ich hab... Ich dachte, wir laufen nach links, du läufst nach rechts. Aber ich sag, hä? Warte mal. Mexi, ich will nicht mehr. Ich wollte nur zur Ratte, aber du wolltest ja woanders. Okay, komm. Das heißt, wir müssen jetzt geradeaus und dann nach... Geradeaus. Nein, geradeaus und dann noch geradeaus. Okay. Okay. Komm, loop! Komm, wir sehen das. Scheiße! Haben wir uns aufgeteilt? Nein, 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 nein! Ich will nicht sterben! Bist du tot? Nein, ich lebe noch. Ich weiß, wo die Ratte ist. Nein! Oh Gott, ich bin im Safe-Raum. Oh Gott, hab ich ein Glück. Oh Gott. Und hier ist irgendwo die Ratte. Ich lenk's ab, Clou. Hier bin ich! Fang mich doch! Du kannst nichts! Deine Nase ist dick. Dick wie... Weiß ich nicht. Wie... Die Kack-Ratte ist hier, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Voll gemein. Also ich höre die Ratte, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Mann! So, die kann hier eh nicht reinkommen. Sie ist bei mir. Oh, geil, geil. Warte, ich lenk sie ab. Bist du gerade Richtung Garten? Ich bin... Warte, ich lenk sie ab. Hallo, okay. So, sie ist bei mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber sie kommt hier nicht rein. So, sie ist bei mir, sie ist bei mir, sie ist bei mir. Alles gut. Okay, ich darf zurück Richtung Garten. Ich lenk sie jetzt die ganze Zeit ab. Vorsicht. Alles gut genug. Alles cool, ja. So. Hey, du dumme Sau. Okay, ich hab sie verloren, leider. Sie kommt jetzt zu dir auf Vorsicht. Alles gut, ja, alles cool. Ich bin hier sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Gut, gut, gut. Warte kurz, sobald sie bei mir spawnen, kann ich sie wieder ein bisschen ärgern. Und dann kannst du... Ist die Ratte schon vergiftet? Noch nicht, ich muss jetzt zum Brunnen. Okay, sie ist wieder bei mir. Warte, ich stell mich hier direkt hin, dass sie... Oh Gott. Okay, sie ist richtig angry. Sie ist jetzt bei mir. Sie steht direkt vor mir, sie läuft weg. Er ist raus. Okay, ich lenk sie wieder zu mir. Die kommt, glaub ich, zu mir genug. Okay, sie kommt zu dir, ja. Vorsicht. Lop, 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 lop. Ich hab zwei Türen zugemacht und versteck mich kurz. Gut. Warte, die kommen schon gleich wieder zu mir. Kurz hören. Nee, ich hör nichts. Ich wach auf. Warte noch kurz. Sie spawnen schon gleich wieder bei mir. Hast du vergiftet die Ratte? Super. Ja, sie ist wieder bei mir, warte. Ja, sie ist bei mir. Du kannst jetzt gleich zur Glocke rennen. Sie ist bei mir. Okay, warte. Ich hör mein Herzschlag noch. Ja, warte, sie kommt wieder zu dir. Sie wechselt jetzt die ganze Zeit, ja. Aber cool. Vorsicht. Okay. Wenn du die Ratte zur Glocke gebracht hast, hast du ja Zeit, solange sie sich bügt, ist sie nicht mehr konzentriert auf uns. Dann kannst du direkt zu mir rennen. Ich geh hin, okay. Warte noch nicht, warte, bis sie bei mir ist. Besser ist es. Boah, es ist ein Stressspiel. Ich seh sie. Alles cool, alles cool. Ich geh nochmal kurz zurück. Okay, jetzt ist sie bei mir. Sie ist jetzt gleich, warte. Nee, doch nicht. Du gibst mir keine falschen Korte. Ja, jetzt, sie ist bei mir. Sie jagt mich jetzt. Easy. So. Sie kommt aber nicht rein. Ich versuch's, okay? Ich versuch mein Glück. Okay, sie hängt ihr an der Tür fest. Das ist sehr gut. Sie hängt an der Tür fest. Jetzt ist sie weggespawnt. Yes, nice, sehr gut. So, nächste Aufgabe. Wir haben keine weitere Aufgabe. Das war's? Ich weiß es nicht. Komm mal zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich steh hinter der Glocke gerade. Oh, komm weg, komm weg. Wenn sie da frisst, musst du weg. Sie frisst ja noch nicht, aber ich trau mich gerade nicht rauszugehen. Achso. Ich warte, bis sie frisst. Okay. Die müsste jetzt ja gleich zu dir, weil die ist bei mir weggespawnt. Ja, ja, also ich warte. Kommt die nicht? Nee. Komisch. Sag bitte nicht, dass es Spiel bugt. Die kommt nicht. Und das Ratten-Ding unten ist auch weg irgendwie. Also liegt die Ratte da nicht? Nee, die Ratte ist einfach weg. Ich kann die Glocke auch nicht nochmal machen. Oh! Oh, ich so. Ich auch nicht. Komisch. Vielleicht ist sie jetzt ja einfach tot. Hm. Vielleicht können wir doch einfach rausgehen jetzt. Es war da noch irgendwas anderes aus dem... Aber vielleicht können wir echt gehen. Oh, wir können gehen! Oh nein, sag bitte nicht, dass wir entkommen müssen. Wagst du es, mich mit Nagetieren zu betrügen? Du hast Mio verärgert. Oh mein Gott! Jetzt fängt es jetzt richtig an. Ich dachte, wir haben es schon geschafft. Maxi, lauf! Lauf! Nee, ich laufe! Ich sehe den Boden nicht wegen deinen Pommeswüsten. Globo, mach die Tür auf! Lauf! Bist du... Hahahaha! Gitter! Globo, du bist nochmal laufen! Oh mein Gott! Ich mach die Tür auf! Ich mach die Tür auf! Ja, 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 ja. Turfen! Okay. Fass dich, die Tentakeln! Ich achte nicht auf Tentakeln! Tentakeln ziehen die Leben ab! Oh mein Gott! Aua! Maxi! Aua! Ja, ich laufe ja schon! Was ist das? Ich laufe so schnell, ich kann nicht mal hin! Maxi, sie hat mich! Lauf weiter, ist egal! Kann ich nicht, du bist tot, ich bin auch tot. Oh scheiße! Ist mir so leid. Nee, warte mal! Oh, holy shit! Dieser Ort... Punkt, Punkt, Punkt! Diese Dinger, sie sind sicher keine Menschen! Ah, ich bin so schnell! Ah, ich schreibe mich an! Ich schreibe gleich zurück! Ah! Das ist ja wie auf der Gamescom! Oh, was ist denn das für ein Fiebertraum? Klo, mir geht's gar nicht gut! Nee, mir geht's auch nicht gut! Wo bist du hin? Hier! Ich habe Angst! Was ist denn das hier? Äh... Ich weiß es nicht. Hier ist ein großes Skelett! Willst du da wirklich hin? Oh mein Gott! Ist das Mew? Wahrscheinlich! Aber haben wir es jetzt geschafft? Oder müssen wir nochmal rein? Hier, guck mal, hier gibt's eine neue Tür! Hier müssen wir rein! Oh! Oder? Nee, ich glaube nicht! Ah, da oben! Wo? Da! Ah, jaja, okay! Okay, ich zieh, ich zieh! Mew! Okay! Oh Gott, ey, was ist denn das hier? Das ist voll crazy! Als hätte ich irgendwie... ...Fresche gegessen! Boah, sie nicht runterfallen! Alles gut! Das erinnert mich an Chiyos Reisens Zauberland! Oh ja, voll schön! Stimmt! Wo geht's auf diese seitliche Treppe? Boah, wie schnell du läufst, Alter! Ich mach grad meinen Speedrun! Was ist denn da im Mond? Guck mal, links oben ist die Tee! Da ist ein Embryo drin! Ja! Okay, ich glaube... Ja? Jetzt geht die Party erst richtig los, oder? Oder die Party ist vorbei! Oh, oh! Ausblenden! Was? Was ist denn da schon ein Spiel? Ah! 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 Ich kann nicht bewegen! Alter, ist das... Das ist schon sehr gruselig, ne? Also wir dürfen... Ja, oh mein Gott! Das ist schon sehr creepy! Wo bist du? Ach, da hinten! Siehst du mich unter dem Stein? Ja, ja! Ach, wir müssen uns verstecken! Okay! Oh, oh! Die sieht mich! Sicher? Ah! Die ist über meinen Kopf! What do you mean? Gnudig, schüttelt über meinen Kopf, oder? Schon sehr creepy gemacht, ne? Siehst du mich auf der Brücke links? Ich komm mal! Du hast dich beim Stein versteckt! Ja! Ich komme! Warte, Maxi, warte auf mich! Ich bin einen Stein weitergegangen! Wo ist die? Gott, ich gucke! Ah, die kommt gerade! Genau auf mich zu! Ah! Das ist ekelhaft! Das Gesicht! Das Gesicht von mir! Das ist wirklich schon sehr, sehr creepy, ey! Okay, wir müssen ins Hohlgras gelangen! Drei, zwei, eins! Meins! Ja! Ah! Ich glaube, ich will mich fressen! Oh nein, sie hat mich! Ich glaube, ich kann mich nicht mehr bewegen! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Oh nein! Ich bin schon wieder tot! Ja, du hättest dich besser getan, müsstest dich doch! Komm, ich fahre auf, denn es schmeckt noch ein bisschen besser als ein Koala! Ach, scheiße! Ich bin im hohen Gras! Im hohen Gras sieht die einen nicht? Ja! Achso, das wusste ich nicht! Also, ich gehe davon aus, weil die ist jetzt genau über mich! Ach! Gesundheit! Danke! Gnu, ich bin in dem Mund fast drin! Ah, die hat sich gerade in mich reingebückt! Ey, das ist so gruselig! Aber wann kommst du denn? Ich warte hier! Oh mein Gott, das ist so creepy, ey! Ah, jetzt kann ich! Immer wenn sie weggeht, ne? Ja! Und jetzt kommt sie wieder hoch, oder wie? Weiß nicht! Sie sind nicht! Ich weiß doch nicht, wer du bist! Ich seh dich auch nicht! Irgendwas vibriert hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, sie wollte dich gerade essen! Jetzt ist sie genau... Oh mein Gott! Sag, wenn sie weg ist! Okay, warte, ich muss gucken, wenn ich was abschätzen! Nee, jetzt darf ich nicht gehen! Sie ist genau über dir! Sie guckt auf die Steine! Sie geht weg! Schnee! 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 Ja, ja, ja! Lauf, 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 lauf! Kannst du... Komm in die Zone gras und duck dich! Oh Gott! Hallo! Und jetzt? Jetzt gehen wir langsam vorwärts! Das Game ist so laut, ich höre dich fast gar nicht! Okay, kannst du dich bewegen! Oh mein Gott! Ich hab voll die Nasenhaare! So eklig! Okay, jetzt müssen wir unser Skelett... Siehst du das rechts? Warte! Das ist das Skelettknochen! Ich folg dir einfach, ja! Okay, warte! Noch nicht! Jetzt! Sieh! Oh Gott! Ich glaube, wir sind hier sicher, bin mir aber nicht sicher! Ich auch nicht! Ich würd's nicht drauf ankommen lassen! Ich auch nicht! Oh Gott, sie macht's kaputt! Sie macht's kaputt! Lauf! Wohin? Hier runter! Hier runter! Oh Gott, in die Höhle! Wir haben's geschafft! Countdown! Oh nein! Ein Countdown! Oder? Oh Gott! Müssen wir laufen? Nee, warte, wir sind sicher! Oh Gott, Hilfe, ey! Das Game ist voll krass! Ja! Ach so, dass Roblox ist! Voll, hat sich voll gemacht! Lass einen Like da auf, wenn ihr mehr Roblox sehen wollt! Ja, ist voll nice! Kann ich auch für dich mal machen, Maxi! Okay, deswegen Countdown! Lauf! No, ich bin hinten! Bitte weh den richtigen Weg aus! Nur wenn's da muss, abweich ich mich für's Team! Ja, ich glaube, es ist nur geradeaus! Oh Gott, mein Ding ist gleich leer! Ich kann gleich nicht mehr strinden, ne? Okay, scheiße, es ist leer! Ich schaff's rein, Gnu! Nein, Maxi, ich bin tot! Echt jetzt? Aber egal, wenn's Anna schaffen, ist's vielleicht beide! Oh ja, du hast... Oh Gott! Ah, ich hab's geschafft! Oh! Für's Team! Für's Team! Komm's gleich nochmal! Guck mal, das ist doch... Ist das nicht der, den wir am Ende gesehen haben? Nee! Was? Nee, ich hab mich nur vertan! Können wir hier rein in die Häuser? Nö! Warten mal kurz, diese Glocke! Ich glaub, das sind Lampen! Guck mal, ich steh auf deiner Hand! Einen Adler! Wir werden sterben, Maxi! Ja, schon! Wie lang geht denn das? Ich weiß es nicht! Wo bist du? Links! Hallo! Nun, Nix sind da! Ich weiß nicht, ob das gut ist! Über Nacht und so! Hier geht's wieder runter! Aber das müssen wir hier... Ich bin hier oben noch lang gelatscht! Hier geht's ja noch weiter! Das ist voll handsome! Auch mit den Zikaden da draußen! Voll schön! Ich such dich gerade hier oben! Du bist irgendwie weg! Ja, warte, ich komm! Warte, warte, hier! Hier geht's wieder runter! Und ich glaub, wir müssen hier... Äh... Wir müssen hier... Wir müssen hier... Keine Weg! Hier müssen wir raus wieder! Aber wir müssen hier doch bestimmt irgendwas finden! Oh mein Gott! Oh! War das nur ein Jumpscare? Ich hab meine Hacke gegen den Stuhl gehauen! Ich geh nicht mehr vor! Oh, das ist nur ein Jumpscare! War immer ich! Ja! Also für mich war es einer! Das kam unerwartet! Das war eigentlich voll das schöne Dorf, ne? Ja, ich möchte hier trotzdem nicht gerne wohnen! Jetzt hat die Frage, dass die Aufgabe ist, wir haben gar keine! Also die Aufgabe... Wir haben keine! Oh, was ist das? Hosen! Nein, dahinter dir! Oh, lol! Nein, geh nicht hin! Klar, guck mal, der ist freundlich! Glaubst du? Klar, mua! Ach, das ist sehr witzig! Sollte der das sein? Ja, vielleicht! Vielleicht lässt du uns auch hinterher gleich! Ich glaub, wenn wir durchs Tor gehen, dann geht's ab! Ja, okay, genug Sprinze direkt! Da vorne steht wieder jemand! Nein, nein, der ist auch lieb! Glaubst du? Hallo! Klar, guck mal, wir können reden! Ein Besucher! Ich habe deine Art hier noch nie gesehen! Wir sind auch YouTuber! Du suchst nach einem Boot! Du gehst schon so schnell weg! Ich habe noch keinen gesehen! Vielleicht kannst du mit dem alten Keneo sprechen! Alter Keneo weiß alles, obwohl er manchmal etwas mürrisch werden kann! Okay! Ziel, sprich mit Keneo! Ach, ist es der da hinten? Ich glaube, dass wir nach vorne gehen müssen! Glaubst du nicht, dass es Keneo ist da hinten? Nicht! Ich lass dich kurz vorgehen! Ich trinke kurz einen Schluck! Keneo! Nee, ist nicht Keneo! Es war kein Keneo! Habe ich mir gedacht! Vor allem, wir haben Licht dabei eigentlich, aber nutzen das gar nicht, ne? Ja, weil wir die ganze Zeit denken, wir werden deswegen gespottet! Ja! Ich glaube, wir müssen hier... Ja! Huh! Guck mal nach rechts an die Wand! Hä? Guck mal hier oben! Guck mal! Hä? Wie hast du das geschafft? Ich geh einfach aus dem Web raus! Ach, geil! Komm, wir gehen mal! Let's go! Maxi, wir gehen jetzt noch in deine Höhle! Bist du bereit? Ja! Höhle! Ja! Hallo? 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 Ist hier jemand? Hallo? Wir müssen ein Boot finden! Ich habe überhaupt keine Ahnung! Was ist denn da oben? Kameo! Nee, warte, wie hier? Glaubst du? Boah! Oh mein Gott! Das Spiel ist einfach so gruselig! Ja, lass viele Daumen nach oben! Nein, ihr wollt, dass wir diesen Fiebertraum weiterspielen! Dankeschön! Wie viele Chapter gibt es eigentlich? Ich weiß es nicht! Ich glaube, fünf! Und empfiehlt gerne auch weitere Games, die vielleicht mal nicht gruselig sind, aber cool sind! Ja, ganz cool! Ich glaube, der greift uns an, oder? Nein, nein! Das ist... Guck mal, wir hätten... Nö! Ui, die sind zwei Geister! Hallo! Das ist so creepy! Was ist denn hier los? Das Chiros rei... Die halten mich fest! Ne, ich glaube, nur in die Reihen, warte! Das ist ein großer Unterschied! Können wir hier hoch zu dem Berg und zu diesem... Oh, ich glaube, wir können da hoch zu dem, ne? Oder? Keine nicht! Wir finden Weg! Ne, leider nicht! Wir finden keinen Weg! Aber wir haben auch gar keine Aufgaben! Wir müssen diesen Cameo finden! Kameo! Ist das Cameo? Da rechts ist Cameo! Hier? Das ist 100%-Pro-Kameo! Siehst du den Dicken, der da sitzt? Ja! Das ist Cameo! Glaubst du? Cameo! Was geht ab, alter Freund? Ist er? Ja! Ne, ah doch! Mal kann mit ihm sprechen! Hallo, ich bin Cameo! Du stinkst nach menschlichem Duft! Ich habe seit Ewigkeiten keinen mehr gesehen! Ein schwaches Göre, wie du es geschafft hast, an der großen Nure vorbeizukommen! Unmöglich! Wie wäre es, wenn du mir etwas für all diese Fragen bringst? Stehle eine Seishinkugel, die von der blinkenden Hexe bewacht wird, dann sage ich dir, was du wissen musst! Ich würde die Kugel selbst stehlen, aber der Kirui-Baira-Kult ist rücksichtslos! Sie beobachtet uns! Ihhh! Okay, jetzt müssen wir, glaube ich... Ja, 100% ist der Kackvogel jetzt! Bring Cameo! Das war Cameo! Okay! Okay, wir müssten eine Kugel bringen, ne? Eine leuchtende... Ja! Pssst! Oh mein Gott! Äh, nein! Oh nein! Was ist denn das? Alter! Wo ist Gary? Was ist denn das? Nur ist es okay? Und wo ist eine leuchtende Kugel? Ich bin hier reingegangen! Ja, ich bin hier reingegangen! Ja, ich auch! Okay! Aber wir müssen hier auch rein, oder? Ja, ich glaube... Oh, was ist denn das für eine creepy Scheiße hier? Wah! Oh mein Gott! Zeig, wohin! Hier ist aber nichts! Hier ist gar nichts drin! Alles gut bei dir? Ja, aber es war einfach gruselig! Wie ist es, so einen Jumpscap zu bekommen, hä? Ja, geh halt weiter hier vorne, ja? Das gefällt mir! Hier war auf jeden Fall schon mal nix! Ja, also haben wir einen Jumpscap bekommen! Okay, dann komm hierher schnell! Ja, ich bin hinter dir! Guck mal schnell! Mal schnell! Mal schnell! Oh mein Gott, ich bin tot! Ich bin tot! Oh! What the heck! Horst, ich geh da nicht mal so nah ran! Du weißt doch gar nicht, ob die irgendwie nichts machen! Aber hier kann man was malen! Guck mal, soll ich was malen für dich? Ähm... Oh mein Gott! Die gucken, wie ich male! Ey, das ist so creepy! Ich darf mich nicht malen! Guck mich nicht so... Hallo, lass mich in Ruhe malen, bitte! Oh mein Gott, es tut mir leid, wenn ich... Ich male das gut! Oh mein Gott! Ich male genau das, was du möchtest! Ich male genau das, was du möchtest! Oh mein Gott! Du meinst, als würde ich jetzt falsch meinen! Ey, das ist so creepy! So mein Engel! Das ist nur für dich! Fertig! Und? Wie gefällt es dir? Oh mein Gott! Findest du gut? Was hat das jetzt gebracht? Weiß ich nicht! Lass mal abhauen! Wie? Das war meine Freundin! Du bist weg, ne? Ja, komm schnell! Okay, okay, okay! Warte! Oh, du müsstest schwimmen! Du sprintest ja schon! Ja! Ich mach mir in die Winde! Das war's! Zu spät! Ja, cool! Nein, nein! Bist du tot? Nein, nein, nein! Okay, let's go ins nächste Haus! Ich glaube, wir müssen die ganzen Häuser durchsuchen nach dieser Kack-Kugel! Ich lass dich vorgehen für die Jumpscare! Was ist denn das hier alles? Zeigt wieder irgendwo hin in den Schrank! Ah! 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 Oh Mann! Mann! Wir haben einen Schlüssel! Goddammit! Mach da schon doch grad irgendwas bringen! Ah, genau! Schalte die Tür frei! Wetten, in dieser Tür, von der wir hier reden, ist auch der Ding drin! Ähm! Das gibt halt Sinn, ne? Okay, lass einen Plan machen! Okay, genug geht vor! Das ist unser Plan! Irgendwas hat gebingt! Alles gut! Lauf einfach! Wir kommen ja gar nicht rein, ne? Nee! Lauf überhaupt die richtige Richtung? Ich glaub nicht, ne? Scheiße! Das spielt für Kinder, oder? Ja! Mhm! Möchte ich an dieser Stelle nochmal highlighten! Ach, deswegen! Oder wegen dem Auge hier! Oh, das ist das Auge! Ihhh! Blue, es kommt! Ich weiß halt nicht, wo die grad ist, ne? Da, vorne! Geh da vor uns fast! Wo bist du? Hier? Bei dir? Ich glaub wir können in das nächste Haus hier direkt rein, oder? Ja! Ist die weg, oder? Ich glaube! Kann man nicht rein? Mhm! Wollte ich eh nicht rein! Inten leuchtet was! Hier kann man auch nicht rein! Hier kann man rein! Vielleicht haben wir Glück und es ist die Tür, die wir aufsperren müssen! Und vielleicht haben wir Glück! Oh! Hier waren wir auch noch nicht! Guck mal, wer ist denn er? Vorsicht! Nicht immer, Andi! Mach ich doch gar nicht! Der sieht doch lieber aus! Der sieht einfach nur verschimmelt aus! Warum schimmelt der denn? Was ist denn los mit ihm? Du gehst vor! Ja! Ich geh nur zu denen hin, wenn ich das Gefühl hab, die sind freundlich! Aber hier ist tatsächlich gar nix! Oh! Ey! Lass mich los! Die Tür kriegt man ja... Oh! Die kriegt Ausgang! Jetzt kann man hier noch lang! Ja, rechts! Haha! Oh Mann! Ey! Mann! Sag hier! Aha! Aber warum zeigen die uns hier immer das an? Also da passiert ja dann gar nichts! Also die wollen wir nur in meiner Nase rum bohren! In meiner Arsch! Fingernarsch! Flop! Okay! Dann... Gehen wir raus, oder? Ja! Okay! Also ich weiß nicht, ob das was bedeutet, wo die hinzeigen! Da in das Großhaus müssen wir rein, glaube ich! Waren wir da drin? Ne! Oder? Doch! Probieren wir es trotzdem mal! So? Ja! Ich bin tot! Nein! Echt? Ja! Jetzt kann man auf mich zu! Ich dachte, ich bin sicher mit dem Kopf! Kannst du respawnen? Ja! Ich bin respawned, aber ich habe kein Schlüssel mehr! Ich aber! Gut! Dann machst du das mit dem Schlüssel! Ich komme wieder! Komm mal! Ich bin gerade bei einem riesen Skelett! Oh fuck! Ich stecke fest! Aber da kommt die nicht lang! Ach cool! Wir sind hier quasi auch sicher dann! Wo denn? Unter diesen Häusern! Da kommt die nicht hin! Also wenn wir, sobald wir unter den Häusern sind, kommt die nicht hin! Warte! Warte! Mrs. Pommes! Mrs. Pommes! Du wirst verfolgen! Ah! Da waren wir schon! Ist die weg? Ne! Ich bin im Haus! Ah! Ja! Ist sie weg? Die steht vor dem Haus! Ne! Bald sie weg ist! Jetzt ist sie ganz weg! Ok! Weggespawned? Äh! Ne! In der Nähe halt! Dann laufe ich kurz mal hier rein! Sie kommt in die her! Ne! Sie wartet bei mir! Sie sagt! Ok! Waren wir aber auch schon! Irgendwas, was vielleicht nicht aufging? Die hat doch hier dieses Bild gezeigt! Ja! Ja! Ich glaube ich weiß wo lange! Oh mein Gott! Ich glaube ich hab's gefunden! Nur du musst von mir kommen! Ich glaube ich hab's gefunden! Okay nice! Gehst du in das Haus raus, wo du gerade warst? Ja! Und dann? Siehst du jetzt an der Seite! Rechts! Hallo! Oh! Hier vielleicht hinten! Hier ist nämlich ne Glocke und so, weißt du? Oh! Der ist dabei! Ne doch nicht! Hier ne? Nice! Hier waren wir noch nicht! Ja! Ja! Schlüssel ist verwendet! Geil! Sehr gut! Korrekt! Oh oh! Was? Warte! Warte! Click other houses first! Check other houses first! Okay! Check! Warte einfach lange! Du siehst das nicht! Guck mal links! Sie ist genau vor uns angegangen! Das war's! Das war's! Das war's! Löse das Puzzle! Oh nein! Das war's! Komm! Oh! Mein Herz! Löse! Ah! Deswegen! Die haben uns doch auf das Bild gezeigt! Oh Mist! Wir müssen jetzt die Bilder anzünden, auf die die Puppen gezeigt haben wahrscheinlich! Das sind einfach alle Bilder anzünden! Das wurde aber nicht gezeigt, glaube ich! Ich geh'n mal ran! Wo ist denn die? Äh! Die ist gerade rechts und die kommt hier jetzt gerade zu uns! Deswegen geh' ich hier hoch! Okay! Wir müssen die Bilder ans Licht anmachen, wo die Dinger drauf gezeigt haben! Das war's auf jeden Fall nicht! Die haben, glaube ich, die beeigen! Deswegen muss man alle Hauses checken, weißt? Lass einfach alle anmachen, oder? Ich glaube nicht, dass wir alle anmachen müssen! Aber wir probieren's mal! Ah! Deswegen stand halt dran! Check zuerst alle Hauses! Ähm! Du bist du eigentlich? Ach da! Ah! Das ist ja eigentlich easy, wenn er sich so bewegt! Nee, das war falsch! Okay! Genau! Wir müssen nur die drei Bilder, die auf... Also es war auf jeden Fall... Der da hinten! Der da hinten! Ja! Der war's auf jeden Fall hier! Safe! Und die Unterung bei einer verlinkten Seite! Ja! Ich glaube auch! Wo ist der? Dann vielleicht noch das linke! Dann ist mir noch das eine übrig, glaube ich, da unten! Okay! 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 Er ist abgehauen! Ich glaube, das ist ne Sie! Nee, oder? Alter Mann! Maybe auch... Vorsicht! Lauf! Lauf! Nein! Nexi! Alles gut! Du schaffst das! Du schaffst das! Kommst du wieder, oder? Ja! Ich muss den ganzen Weg neilaufen! Alles gut! Vorsicht! Die kommt wieder runter! Ich komme gleich ins Haus rein! Welche wolltest du anmachen? Äh... Wenn man die Treppen runter geht? Links! Okay! Glaubst du, dass es das war? Ich bin... Ich bin fünf Minuten da! Haha! Okay! Da ist das andere Monster! Ich muss jetzt dran vorbeigehen! Welches war's denn noch? Das war's... Das war's, glaube ich, noch! Okay! Laufen, Mix! Laufen! Ach, die gehen gar nicht an, wenn's falsch ist! Maxi! Ah! Ah! Das heißt, wenn wir ne... Dann geht's ja! Also, wenn wir ne falsche anzünden, gehen die gar nicht an! Oder... So, ich geh wieder rein! Ja! Okay! Wo ist das Monster? Also, unten ist eine angegangen! Äh... Okay, warte mal! Rechts in der Mitte, wa? Okay! Ja! Unten... Das unten von dem alten Mann mit dem Hut geht an! Rechts Mitte hab ich! So! Ich hab auch eins angemacht! Mitte Mitte hab ich auch! Oben das eine hast du? Nee! Dann mach ich oben an! Ja! Geh hoch! Das war der Typ hier! Also, es gehen immer nur die an, die wir wirklich gesehen haben! Okay! Ich hab drei Lichter angemacht! Ich probier jetzt noch eins! Wenn man trepp... Ja, warte mal! Nee, es ging leider nicht an! Okay, geht aus! Ja, okay! Dann mach's nochmal an! Also, der unten ist auf jeden Fall nur einer bis jetzt! Oh! Hast du den einen mittleren hier getappt? Warte, ich probier nochmal! Den probier ich auch nochmal! Nee! Okay! Also, es geht unten echt nur der Mann an! Sorry! Okay! Dann mach unten nur den Mann an! Dann weiß ich alle anderen! Okay! Dann war's der hier! So, ich mach den Mann unten jetzt an! Ja! Ich mach den hier noch an! Dann auf der Rückseite und oben den Mann! Okay! Das sind alle drei in der Mitte! Und die anderen gingen alle nicht an! Hast du auch getestet, oder? Warte! Nur noch oben fegt, glaub ich, einer genug! Ich versuch's! Okay! Laufwechsel! Lauf! 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 Okay, ich mach den Mann oben an! Das müsste der letzte sein, glaub ich! Der hängt grad eh fest! Jetzt kommt er! Oh Gott! Was? Oh Gott! Bin ich grad erschrocken! Entschuldigung! Und jetzt müssen wir da... Ach, das ist die Kugel! Die ist oben an mir! Hol die Kugel! Hol die Kugel! Die ist unten! Hol die Kugel! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Raus! Wo kam er raus? Ich geh raus! Ah! Ah nein! Wo komm ich raus? Wo komm ich raus? Wo komm ich raus? Mitte! Mitte! Nicht oben! Mitte! Oh scheiße! Oh fuck! Oh Gott! Du schaffst das! Oh Gott, ja! Oh mein Gott! Bist du raus? Ja! Ich seh dich nicht! Ich bin raus! Ich hab die Kugel! Du bist auf der anderen Seite! Ja! Oh mein... Achso, ich bin noch gar nicht raus! Aber die Aufgabe ist nicht gelöst, ne? Achso, da steht geben sie die Kugel! Okay! So warte, jetzt bin ich draußen! Achso, ich komm hier gar nicht raus! Wo komm ich denn raus? Äh... Warte! Ey, du kommst auf einer Seite, da hast du ein schwarzes Loch, so ein Quadrat, Rechteck, schwarz, alles! Ja! Ah, jetzt! Ich muss den Ausgang drücken! Okay, ich dachte gerade, ich steh da schon... Okay, nice! Jetzt müssen wir noch zu... Ich hab die Kugel nicht! Ich hab sie! Wir müssen sie zu Kamm! Hey, wir müssen... Kameo, der war links! Am Strand! Aber hier links ist doch das andere Monster! Okay! Aber... Lass mich vorgehen, ich lenke ab! Okay, weil du hast die Kugel! Okay, gedruckt gehen hier wieder! Richtig taktisch hier! Mhm! Mhm! Und, äh, wo ist Kameo? Da, links! Oh nice! Lass einfach hin! Oh yeah, Kameo! Hier, die Liebeskugel! Yes! We did it! Guck, wir können sprechen mit dem! Ich hab dich beobachtet, genau wie the rest of them! Oh Junge! Der alte Keneo konnte dem Geld nicht widerstehen! Widerstehen! Was er jetzt getan hat, du verstehst nicht, du wirst bald verstehen! Der alte Keneo Schur hat dich zu einem Boot geschickt! Hahaha! Der hat uns verarscht! Ich glaub auch, aber ich find dieses Deutsch-Englisch echt geil! Oh, wie schön! Das ist bestimmt gar kein Boot! Das ist bestimmt ein Auto! Guck mal, das sind Augen! Oh, wie eklig! Die gucken wir uns an! Schon echt geil gemacht, gell? Ja! Leg mal, das ist kostenlos! Ja! Und es geht voll lang auch! Das ist jetzt so ein Minigame eigentlich, Roblox! Uah! Ja, hast du toll gemacht! Hast du uns erschreckt mit deinen... Wie heißen die Jumpscares nochmal? Ach! Unsere Reise... Erschrecktuch oder was? Genau, Erschrecktuch! Unsere Reise hat doch auch angefangen im Boot, weißt du noch? Ja, stimmt! Ja! Auch mit dem riesen... Oh nein! Ah! Cool! Hm! Was steht da? Ähm... The air... Also, die Luft ist sehr dünn. Replenish your... Also, wir müssen unsere Luft gut einteilen. Utilize your crouching. Okay, und auch wenn wir crouchen, verbrauchen wir weniger Luft. Pack! Okay, und wir müssen Kerzen anzünden. Konntest du diese Tür reingehen? Ja, ich bin einer drin. Ja, ich bin einer drin. Ah, guck mal, immer wenn du anhältst, lädt sich deine Luft wieder auf. Ne. Doch. Ah ne, doch nicht. Nein, sie geht runter. Shit. Wenn du gehst, verbrauchst du schneller, oder? Anstatt wenn du crouchst. Ah ne. Ist gar kein Unterschied. Da vorne geht ein Pudding lang. Wie machst du die Türen auf? Ne. Ah, hier oben muss man immer gucken. Ist ja nervig. Und wo machst du die Kerzen an? Was für Kerzen? Ach so, du hast einfach nur ne Kerze an. Was suchen wir eigentlich? Ich weiß es nicht, aber da vorne ist ein Pudding. Der Pudding kommt jetzt, ne? Wir müssen zwei Kerzen anmachen. Ne, ich glaub der kommt nicht zu uns. Kommt da vorne. Ja, ich mach doch kurz die Tür noch auf. Ist das hier? Da sind Erschrecktücher. Ah, hier kannst du dein Leben im Dings auffüllen. Was? Guck mal hier. Sauerstoff kannst du hier auffüllen. Oh, wo? Hier, rechts. An den Tanks. Oh, nice. Oh. Was zur Hölle? Wir fahren jetzt runter. Aber was müssen wir suchen? Anscheinend Kerzen. Hier oder wo? Oh. Oh, fuck, laufe. Tschüss genug, ich fahr wieder hoch. Oh, oh. Hier bin ich jetzt sicher, oder? Oh, ich fahr wieder runter. Fahr runter! Also, mir hängt was am Arsch. Ja, hier unten müssen wir die Kerzen anmachen. Bin tot. Ich fahr wieder runter. Oh Gott. Kerze. Ah, wir haben eine Kerze angezündet. Eine habe ich angezündet, Maxi. Aber ich kann nicht mehr reviven. Ah, jetzt. So, zünde Kerzen an. So, eine habe ich angezündet. Hast du es gesehen? Ja, was? Eine habe ich angezündet. Okay, Phase 2. Eine von vier. Ich habe auch eine angemacht, glaube ich. Ich bin jetzt gerade wieder oben. Gott. Okay. Achso, wir müssen immer wieder hoch, um unsere Luft aufzuladen. Ne, ne. Unten gibt es die auch. Ah, Gru, es gibt noch ein Obenabteil. Es gibt ein mittleres Obenabteil. Oh. Warte mal. Irgendwas kommt hier. Oh, Dad. Kann das alles, wenn ich... Mach! Mach zu! Oh! Ich bin tot, glaube ich. Ich mache Licht an. Ich komme! Bist du tot? Bist du tot? Nö, ich habe noch keine Luft mehr. Oh, jetzt bin ich tot. Jetzt kann ich zuschauen. Nein, nein, nein. Nein, ich bin gleich da! Das Monster ist hinter mir! Jetzt kann ich echt nur noch zuschauen. Ich kann mich nicht mehr reviven. Kerzen. Oh, oh. Versteck dich. Oh, oh. Ich kann mich nicht mehr verstecken. Ja, cool. Kennst du schon den hier? Bambuselt! Oh, no! Okay. Okay, warte. Wir schaffen... Also, hier sind auch Kerzen, hast du gesagt. Nein, das sind keine Kerzen. Also, hier ist einfach nur ein Schwachsinsraum. Ja. Das heißt, sind alle unten. Kerzen werden dir rot angezeigt. Okay. Hinter ihm ist eine Kerze. Okay, dann machen wir erst oben. Okay. Der hier in der Mitte ist am leichtesten, glaube ich. Wir können... Komm mit. Nach oben fährt man nicht hier. Nach rechts. Komm. Komm rein. Ach, hier unten ist gar keins. Das ist... Doch, doch, doch. Hinter ihm ist eins. Das willst du am Ende machen, im Prinzip. Ja. Hier ist nur eine. Jetzt kommt hier auch gleich eins auf und zu. Das kommt... Da rechts schon. Wir müssen vorbeilaufen. Oh, der ist schnell. Ja. Hat er dich. Aber zack, zack. Hat dich nicht, oder? Ah! Oh! Oh! Scheiße! Kannst du reviven? Äh... Nö. Aber mein Oxygen geht leer. Sonst kann ich gucken, ob ich dich hole, wenn er kurz weg ist. Das ist voll schwer. Die kommen halt instant. Wo ist der? Er kommt auf sie zu, zur Dings. Auf mich? Ich glaube. Du bist ja noch vom Fahrstuhl, oder? Ja, ja. Ich will, dass er da kurz mal weg geht. Dann kann ich dich holen. Hm. Okay. Ja. Oh, ich glaube, der kommt ja nicht in den Aufzug, oder? Nee. Aber wenn du runterfährst, kommt der andere. Äh, doch. Ah, nee, doch nicht. Ja, er überlegt sich's. Aber er merkt, er kann... Oh mein Gott. Nein. Komm doch. Ist eigentlich voll geil, aber er kann im Aufzug sein, den die ganze Zeit ärgern. Und wieder zurück und rein und zurück. Ach, steht da vor dem Aufstieg gerade und kommt nicht rein? Ja, jetzt ist er weg. Ah. Wo ist er denn jetzt lang gelatscht? Äh, mein Oxygen geht langsam leer, aber kein Druck. Ich glaube, du musst kurz die Treppe hoch und dann runterlaufen, sodass er auch hochläuft. Ich hab dich... Hallo, Pommes! Ja, ich kann dich reviven, wie du da mit deinem Panda chillst. Okay, Licht in 3, 2, 1, let's go. Und lauf. Lauf zurück in den Aufzug, schnell! Ja, ich bin falsch in Richtung gelaufen. Wie ist noch ein Licht? Ah, da oben, ich mach das schnell an. Oben? Bei dir auch? Ja, ist an. Moment, lauf schon mal zum Aufzug. Lauf zum Aufzug. Ja, warte, lass mich kurz gucken. Ach, kann es sein, dass hier in jedem Bereich... Warte, ist es hinter mir! Wow! Lauf, Junge! Zieh! No! Maxi, 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 Maxi! Schnell! Drück zu! Drück zu! Mach ich doch! Oh mein Gott, der wär doch reingekommen, oder? Ich glaub schon, ja. Oh mein Gott. Damit ist auch einer! Oh! 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 Okay, jetzt können wir den kurz machen, ne? Links lang? Ich lauf. Oh! 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 Okay! Ich fahr direkt wieder runter! Ja, wir haben das Ziel erreicht! Die Kerzen sind alle an! Okay, und jetzt? Und jetzt muss ich hier wieder eine anzünden, oder? Oh fuck, der kommt, Hilfe! Was mach ich denn jetzt? Ich lenke ihn ab! Bub, bub, bub! Guck mal, ich benutze sein Oxygen einfach hier! Buh, 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 buh! Ist er weg? Er kommt zu mir, ja, ja, er kommt zu mir, er kommt zu mir, er kommt zu mir. Ich brauche nämlich gleich Sauerstoff. Ja. Ist er weg? Er ist weg. Ah, nee, er kommt wieder zurück gerade. Scheiße, ich brauche Luft. Ich lenke ihn ab. Kannst du? Hallo! Ich stehe genau neben dir. Du hast so viele Augen. Warum guckst du ihn mir nicht an? Sorry, nur er kommt zu dir. Okay, egal. Ich glaube, das schaffe ich noch. Nee, er kommt zu mir. Ich lenke ihn ab. Okay, ich nehme ihn ganz nett nach hinten. Nee, er geht wieder zu dir. Oh, das ist nicht gut. Und jetzt? Jetzt geht er wieder zu mir. Er geht wieder in meine Richtung. Du kannst kommen. Jetzt schnell, 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 schnell. Er geht gleich wieder in deine Richtung. Du musst sprinten. Okay, er geht in deine Richtung. Okay, du hast geschafft, ne? Ja. Warte, 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 warte. Bis er weg ist. Ich gebe dir das Zeichen. Jetzt. Schnell, 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 schnell. Du lockst den schon auf. Oh, müssen wir jetzt hoch? Wir haben jetzt ja alle Kerzen angezündet. Weiß ich nicht. Du hast alle Kerzen angezündet. Ja. Ich habe in drei. Ach, okay. Wir müssen noch eine machen. Komm hier rein. Wir gehen da nochmal hoch. Das ist nach unten genug. Aber okay, ich bin dabei. Aber wir müssen ja eh unten. Also, ich habe... Also, ich glaube, wir müssen jetzt noch unten eine anmachen, oder? Wie sieht es aus? Und dann müssen wir in jedem Raum eine neue anmachen. Mach auf! Komm drinnen! Oh, hat mich noch. Oh nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir sind fast. Ich fahre hoch. Okay, gut. Wo bist du? So, warte. Ich mache jetzt kurz... Kannst du schon mal loscrouchen? Aber crouch, crouch, crouch. Ich mache an. Ich bin im Crouchen. Ich crouche. Und ich gucke jetzt... Oh, er kommt. Fuck, 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 fuck. Ah, ich bin im Aufzug. Okay, er läuft zurück. Hast Glück. Er läuft wieder in die andere Richtung. Kannst also easy anmachen. Mach an. Ich würde sagen, wenn er zu dir läuft, lenke ich ihn kurz. Yay. Okay. Versuchen, der kleine Ratten zu entkommen. Dieses Deutsch. Mein einziges Ziel jetzt... Was? Darf dich zu diesem Platz ziehen. Dieses Deutsch. Was heißt das? Wir müssen rennen, oder? Darbe, ja. Äh. Äh, oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja Poppy Playtime jetzt, ne? Oh nee, ich kacke mir da in die Hose wieder. Ich glaube, du darfst dich jetzt nicht mehr umdrehen. Ziel... Laufen. Ähm. Oh mein Gott, ist es hinter uns, oder? Ich gucke. Ja. Ah, wie... Sieht das dumm aus. Ich glaube, mir ist doch voll entspannt auch noch, ey. Alter, kommt aber schon näher jetzt, ne? Ja. Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach schnell auf, mach auf, 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 auf. Wir fallen. Äh. Und direkt weiter. Warte. Wie? Okay. Zusammen, weil der kommt jetzt gleich wieder, der Sack. Ja, 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 der kommt bestimmt von vorne, oder? Hm. Äh, das ist mir zu stehen. Ich hab Angst. Da passiert jetzt gleich noch irgendeine Scheiße, ich weiß es. Ja, ja. Ah! Ah! Ach Mann! Wieso kommt denn von vorne auf uns zu? Es fällt dir schwer zu atmen. Ja, sowieso nach dem Jumpscare. Du fühlst dich erstickt gefangen. Doch dein Wille zum Leben macht dich frei. Ah! Ich kann meine Brüste sehen, wenn ich nach oben gucke. Hä? Hm? Was? Wenn du nach oben guckst? Ja, im Ducken. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, wir sind unter Wasser. Äh. Hallo, ich kann mich nicht hinstellen. Warte, Gnu. Ich kann mich nicht hinstellen. Ach, nö. Was ist? Gnu? Oh, Maxi. Gnu, ich kann mich nicht hinstellen. Wir sind jetzt aber egal, wir sind jetzt eh gleich am Ende. Ja, doch, ich sehe. Sehr gut. Oh, die hell. Das ist so. Gleich müssen wir laufen, oder? Oh, da oben werden wir angeschaut. Guck mal. Wo? Da oben. Oh ja. Hallo. Wo haben wir jetzt von, wo du bist? Wir werden beobachtet. Ja. Ich glaube, gleich müssen wir wieder laufen. Glaubst du? Abzeichnung verdienen. Ich hätte jetzt demnächst einfach mal alle von euch. Oder halt so viel es geht. Und dann lade ich random einfach zwei ein. Und dann spielen wir das zusammen. Ähm, ihr habt ja auch eure Zeiten hingeschrieben. Und wie lange ihr schon Roblox spielt. Das heißt, wir holen dann erfahrene Roblox-Spieler. Das ist ganz wichtig. Die uns, äh, Kapitel 2, äh, zeigen werden. Danke an Maxi, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr brisant. Es hat Spaß gemacht. Und empfehlt uns gerne weitere Games. Es muss nicht immer Horror sein, ne? Checkt auf jeden Fall gerne Maxi in der Beschreibung ab. War echt cool. Ich muss sagen, Roblox, äh, ich bin jetzt ganz anders eingestimmt. Weil das fand ich war schon sehr cool dafür, dass es kostenlos war. Es hat Bock gemacht. Ja, es war sehr cool. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und jetzt raus! Bis zum nächsten Mal.